Ja, ich habe euch hier was mitgebracht. Ein frisches Gehirn. Gerade entnommen. Hat so ein bisschen die Konsistenz von einer Nacktschnecke. So eklig und glitschig und naja, also gewöhnungsbedürftig. Was das jetzt mit Wirtschaftspsychologie studieren zu tun hat, dazu gleich mal. Aber hier habe ich eine Kollegin, dir zeige ich das mal, das Gehirn. Okay, sieht schön aus, bisschen klein, aber... Dein sieht auch so aus. Ein bisschen größer. Ja, so fast. Ja, Axel, schön, dass du da bist. Ich habe, bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch ein paar Fragen an dich. Ja, was begeistert dich denn eigentlich an der Wirtschaftspsychologie, außer dir das Gehirn? Genau, also mich begeistert tatsächlich, dass du diese Kombination Wirtschaft und Psychologie hast. Also du weißt halt auch, was so in Unternehmen läuft, betriebswirtschaftlich. Und kannst du auf Augenhöhe mit Management mitreden. Und wenn du nur Psychologe bist, dann sagen die immer, wo ist in die Couch, wo ich mich hinlegen soll. Und das will mir ja keiner. Und Psychologie ist wirklich das Spannende. Wie ticken die Menschen? Wie kannst du sie beeinflussen? Wie kannst du es schaffen, dass sie sich gut entwickeln? Dass sie Spaß an der Arbeit haben? Und das ist total faszinierend. Okay, sehr spannend. Also im Studium hat man ja nicht nur quasi die Psychologie-Schwerpunkte, sondern auch die Wirtschaft, sondern auch die BWL-Schwerpunkte. Genau, man hat beides. Wirtschaft und Psychologie, man hat beide Schwerpunkte. Und das macht eben den Charme aus. Du kannst beide Welten. Und letzten Endes sind wir Wirtschaftspsychologen die, die die Welt in den Firmen besser machen. Okay. Ja, vielleicht magst du noch mal ganz kurz die Schwerpunkte vorstellen, die wir denn hier haben. Ja, also da gibt es einmal den Markt- und Werbepsychologischen Schwerpunkt. Das heißt, wenn du wissen willst, wie kannst du deine Produkte, deine Dienstleistungen besser verkaufen, Social-Mediamäßig, im Geschäft, wo auch immer, das machen so Markt- und Werbepsychologen. Und dann gibt es noch Personalpsychologie. Dann hast du eher Lust, Leute zu entwickeln, Training, Coaching, solche Themen. Oder Organisationspsychologie. Das ist der dritte Schwerpunkt. Dann geht es um solche Dinge. Wie kann ich eine Organisation als Ganzes entwickeln? Also wie kann ich da Veränderungsprozesse machen und sowas? Okay. Ja, Wirtschaftspsychologie kann man jetzt ja an vielen Unis studieren oder auch Hochschulen. Warum denn jetzt eigentlich genau an der Hochschule für angewandtes Management? Ja, also was wir immer wieder rückgemeldet bekommen, dass unsere Leute, die hier studieren, sagen, Mensch, das ist toll, einmal diese praxisorientierte Lehre. Also das sind Menschen, die Professoren, die haben noch meistens einen Fuß in der Praxis. Die wissen, was noch läuft. Die stauben auch nicht beim Sprechen, weil da hast du wirklich Wissenschaft trifft Praxis. Das schätzen die sehr stark. Was sie auch schätzen, ist einfach, dass du wirklich schnellen Kontakt haben kannst. Also es sind kurze Wege, es ist auf Augenhöhe das Ganze. Das ist noch ein wichtiger Pluspunkt. Ja, manche finden natürlich auch spannend, das ist eher hinter der verfolgehaltenen Hand. Du kannst hier in C frei studieren. Ah, stimmt, das ist auch schon ein Thema. Das ist für manche auch ein Grund, aber nur so am Rande. Genau, und was, glaube ich, auch total spannend ist, ist dieses Vereinbarkeit zwischen Beruf und Studium, weil du einfach das sehr gut koppeln kannst, weil du nicht die ganze Zeit zur Hochschule musst, sondern es gibt halt so Präsenzzeiten, wo du da sein musst und der Rest ist eher online oder eben mit einer Lernplattform. Dann kurz noch mal das Thema, wie das dann so aufgebaut ist in einem Semester. Wie kann man sich das so vorstellen? Du hast von diesen Präsenzphasen jetzt gesprochen. Genau, also du hast jetzt auf ein Semester gerechnet, hast du normalerweise fünf Fächer, das heißt dann Module, und dann hast du sechs Wochenblöcke. Und in diesen sechs Wochen befasst sich nur mit dem einen Thema, das ist schon mal ganz angenehm. So, und dann weißt du, du hast dann zum Start vielleicht eine Online-Präsenz, kannst du von zu Hause, wo auch immer, Mallorca, wo du auch immer sein wirst, kannst du das dann dir anschauen. Dann hast du zwei Tage vor Ort, da kannst du also wirklich Übungen machen. Du siehst die anderen Kollegen, kommst in die Praxis eben durch Übungen rein. Danach gibt es dann nochmal eine Online-Präsenz und alles, was so zwischendurch ist, wo du selbst lernst, das ist alles auf einer Lernplattform bei uns. Strukturiert hast du immer Zugriff drauf. Also es ist wirklich angenehm, kannst du echt gut koppeln mit anderen Aktivitäten. Okay, ja, das hört sich doch sehr gut an. Dann frage ich mich jetzt zum Schluss noch, was hat das denn jetzt damit aus sich, was hat das Ganze mit diesem Gehirn zu tun? Ja, ja, dann nehme ich es mal wieder zurück. Also faktisch, wenn ihr jetzt euch tatsächlich diese Frage die ganze Zeit gestellt habt, was hat das mit Wirtschaftspsychologie zu tun? Julia, das ist so, hier oben sieht man ja im Grunde schon so angedeutet, so Datenverbindungen. Also wenn du dir hier oben vorstellst, das sind so Datenautobahnen, dann geht es um die Frage, was musst du tun, damit diese Datenautobahnen, die quasi für Veränderungen stehen. Also wenn du eine Gewohnheit ändern möchtest, dann ist das hier oben eine Datenautobahn. Du bist immer unordentlich in der Küche, glaube ich jetzt nicht, aber nehmen wir mal an. Also ich bin der Chaot vorm Herrn und ich wollte mehr Ordnung schaffen, dann ist das hier oben gut gebahnt. Und Psychologen befassen sich Kernkompetenz, wie schafft man Veränderungen? Bei dir selbst, aber auch bei Firmen. Und das hat das hier mit dem Gehirn zu tun, Wirtschaftspsychologie, Studenten lernen, wie können sie sich selbst besser bei Veränderungen managen und andere bei Veränderungen besser unterstützen. Und wenn du jetzt Spaß hast am Thema Wirtschaftspsychologie studieren, melde dich bei uns, alles was du noch wissen möchtest und wo die Fragen hier nicht geklärt sind. Wir antworten da gerne und freuen uns, wenn wir dich persönlich treffen.